Hi und willkommen zurück zu FIFA 18 für die Nintendo Switch. Wir sind weiterhin auf der Siegerstraße, als wären wir in einem Pokémon-Spiel und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr happy darüber. Wer ist hier auskuriert? Ähm, Rahman! Rahman ist wieder bereit, alles klar. Okay. Vor allem, 12. November, er wird drei Wochen ausfallen. Und dann hier, zwei Wochen später, er kann wieder, ja, ja. Hm, hm, hm. Ja, ich sehe hier schon, wir sollten Rahman aber nicht zu viel Screentime gönnen, ne? Okay, Jungs, Mädels, heute geht's auf gegen Dynamo Dresden und ich weiß gar nicht, wo Dynamo Dresden liegt in der zweiten Bundesliga. Sie sind im Mittelfeld. Alles klar, sehr gut. Und dann werden wir unser Möglichstes probieren. Und mal schauen, ob wir auch gegen Dresden wieder einen Sieg hervorholen können. Wir haben eine sehr, sehr gute Siegesserie hier hervorbringen können. Ich weiß nicht, wie viele Siege wir schon in Folge haben, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut für uns aus. Und ich bin so zufrieden, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Sieg gegen Ingolstadt ist so wichtig. Es war knapp, aber es ist so wichtig. Es ist nicht zu glauben, ey. Okay, gut, ähm. Bautzek bleibt aber, denke ich mal, weiterhin draußen. Bellinghausen wird dafür den Platz natürlich einnehmen weiterhin und Rahman, wie gesagt. So, ich kann ihn mal in die Auswechslungszone reinziehen. So. Denn sollte, sollten wir ihn heute reinholen, dann wenn überhaupt in der zweiten Halbzeit. Weil ich habe nämlich keinen Bock, dass er sich weiter verletzt. Dass seine, dass seine Verletzung wieder aufbricht und so. Das, das, das wäre nicht so geil. Ja, ja. Ja, ist mir egal. Das war jetzt keine gute Leistung. Ich weiß. Juckt nicht. Hier nochmal die Tabelle, soweit. Ihr seht Dresden auf dem zehnten Platz. Wir haben Einen sehr großen Vorsprung ihnen gegenüber. Also ich glaube, wir haben irgendwie 19 Punkte Vorsprung, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir haben ja 35, sie hatten 19. Sieht da schon mal ganz gut aus. Aber jetzt, mal hier wirklich Butter bei die Fische. Los geht's. Von links nach rechts. Fortuna gegen Dresden. Und wir gucken mal, ob wir heute vielleicht wieder an einen Sieg kommen. Und wenn, ob er denn auch hoch ausfallen wird. Schade. Schade, schade. Aber nochmal die Nachgelegenheit. Schade, Alter. Dass wir da überhaupt an den Ball gekommen sind, ist schon wunderbar. Das passiert irgendwie auch so gut wie nie. Dass der nochmal in den eigenen 16er fliegt. Und wenn er in den 16er fliegt, dass wir sogar noch an den Ball drankommen. Direkt. Ohne einen, ohne einen, äh... Ohne eine große Hinderung oder so daran. Das ist... Fuck. Da habe ich gerade gedribbelt. Ich wollte zu viel. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Brauner. Habe ich gerade einen freien Raum gesehen. Aber ja, dann ist es halt immer so. Dann springt der Ball weg. Und dann, ja... Immer das Gleiche hier. Immer das Gleiche. Oh, was soll das denn? Ich habe ja nicht mal so... Ich habe ja nicht mal so lange aufgeladen, ist das Problem. Ist wieder Regen, oder was? Boah, ey. Dreckiger Regen, oder was? Kann ich gar nicht leiden. Sehr gut den Ball geschnappt. Ja, weißt du, das grätscht halt so hin. Was ist das denn bitte für eine Spielpraxis hier? Hat der da... Der hat doch gerade eben voll gegrätscht. So, was ist das? Geh dich mal erhängen, Bruder. Yes! Sehr gut, Sobotka! 1-0! Ja! Yes, Alter! Wunderschön gemacht! Da muss ich zugeben, ja? Aber man sieht, es ist hier schon deutlich einfacher nach vorne zu kommen, als in der letzten Folge noch gegen Ingolstadt. Also, ich... Was soll ich Ihnen sagen? Sie haben es ja selber gesehen im letzten Part. Vielleicht habe ich mich echt so unter Druck setzen lassen, vor allem so, oh, es ist der Tabellenzweite. Und wenn ich jetzt verliere, oh, scheiße! Vielleicht, kann sein. Ah, toll. Ich habe nichts gemacht. Schade! War eine sehr gute Gelegenheit. Naja, vergessen wir die Grätsche von gerade eben. Da gibt es halt gleich eine schöne Blutgrätsche als Racheakt. Kleine Schweine. Egal, egal. Wir bleiben weiter am Ball. Da ist die Lücke. Ja, und dann sowas. Und dann versuche ich irgendwie nochmal... Keine Ahnung. Alleine kommst du nicht nach vorne, das ist dir klar. Ja, das war kein Foul, ja? So, Bellinghausen, los, belohne dich mal hier! Ach! Hä? Was denn? Was hat der denn gemacht? Hä? Aber das war der Vorteil von gerade eben, kann das sein? Tja, mein Freund. So hat er sich eine gelbe Karte geholt. Läuft bei dir. Und wenn du jetzt nochmal so assi drauf bist, dann kriegst du eine gelb-rote. Also reißt dich zusammen. Ah! Sehr schön wieder an den Ball gekommen. Da stand Schauerte genau richtig. Was denn? Ich hab doch nicht dahin gepasst. Das war ein richtiger Dreckspass. Sehr... Nein! Als ob der zu weit links war! Dein Ernst? Ich hab ihn halt echt schon drin gesehen. Ich bin halt immer noch unter schwierigen Bedingungen hier. Die Sonne scheint mir gerade aus dem Arsch. Oder aber auch leider aus dem... Äh, aus dem Fenster. Und dementsprechend, ja. Sehr gut! Oh! Wunderschöner Schuss von Sobotka hier! Ähm... Ja, aber die Sonne scheint gerade in mein Fenster, in mein Zimmer. Und... Oh! Es ist gerade so schwer, dem Spielverlauf hier zu folgen, weil... So viel Sonnenlicht gerade hier durchscheint. Ich meine, es ist ja bei Mitte Oktober nicht die Selbstverständlichkeit in Person. Yes! Bellinghausen! Da hat es sich ja nicht mehr belohnt. Ja! Gerade eben sag ich's noch. Und jetzt hat das endlich mal gemacht. Sein erstes Saisontor, wenn ich das richtig sehe. Und... Sehr gut! Sehr gut! Er beweist seine Qualitäten als linker Mittelfeldspieler, der aber auch natürlich nicht davor zurückschrägt, mal aufs Tor zu schießen und dann den Ball auch ganz cool ins rechte Eck reinzieht. Geil! Und damit gehen wir in der ersten Halbzeit noch 2-0 in Führung und... Oh, es ist schön! Ja, sehr gut! Gut, da hat Dresden noch kurz vor Spielpause einen abbekommen und... Yes! Sehr gut! Sehr, sehr gut! Ingolstadt spielt auch gerade unentschieden. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Oder hoffen wir, dass... Das sogar noch was für Kiel wird! Ich würd's Kiel auf jeden Fall gönnen. Ich würd's jedem gönnen, außer Ingolstadt. Real Rap. Ja, aber ich guck grad aus dem Fenster und die Sonne scheint mir so in die Fresse. Ich kann nie mehr. Ihr Blutsauger. Bist du ein Blutsauger? So ähnlich wie ein Tampon? Also wenn ich mir so die Trikots der Düsseldauer angucke, dann sind das wohl eher die Blutsauger. Da hat sich Ingolstadt im letzten Part gedacht... Ihr Blutsauger. Ihr nehmt mir alles weg. Schade. Ich kann nicht mehr. Und ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich weiß nicht, was ich muss. Es reicht jetzt auch mal so langsam. Also wir sehen, Dresden ist halt voll aggressiv, ne? Was sind die so auf Krawall gebürstet? Ist das euer Ernst? Na gut. Puh. Ich flank mal rein. Äh, ja. Sehr gut. Weiß nicht, wo die hin sollte, aber gut. Ist okay. Was war das mit dem Film? Für ein Fehlpass! Ja. Ja. Das kann ich... Das kann ich mich ja auch gerade... Ja. Ne? Ich hab nicht dahin gepasst, so. Immer noch. Ich check das nicht. Was ist das denn manchmal? Das kann mir das Spiel bitte mal erklären, so langsam, oder? Ja, das kann mir echt keiner erklären, so. Ja. Passt da wieder 10 Jahre... Oder drimmelt da wieder 10 Jahre rum. Bringt nur nichts. Ist okay. Ja, ja. Genau. Und dann sowas. Ja, ja. Ja, ja. Ist okay. Ich habe da nicht hingepasst, aber okay, ne? Jetzt drimmelt da wieder 10 Jahre rum. Das... Ich habe nicht schießen wollen. Ich wollte gerade grätschen, und dann kam er halt an den Ball dran. So, was kann ich denn dafür? Sodass er das auch nicht automatisch abbrechen kann, ne? Ja. Und dann sowas. Hm. Hm. Da wird sich wieder in den Ball reingestürzt. Ist okay. Ist okay. Ist in Ordnung. Sehr schön, der Fink. Sehr schön gemacht. Ja, das ist sogar abseits gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen habe ich gerade eben so ein bisschen gezögert. Hat er nicht gerade eben gelb bekommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach. Man kann ja auch nicht einmal irgendwie irgendwo hinlaufen, ohne dass man direkt den Ball abgezogen bekommt, ne? Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Schön gemacht! So, und jetzt läuft Fink allein aufs Tor zu. Belohnt er sich? Nein! Leider nein! Es war aber wirklich eine sehr schöne Gelegenheit. Also, ja. Ja, jetzt trippelt er wieder zehn Jahre rum. Ist okay. Das ist der gleiche Spieler wie gerade eben, der das auch gemacht hat. Kann das sein? Ach, komm schon! Weißt du, es kann doch nicht sein, dass er nicht direkt loslaufen kann! Was ist denn das für ein Spasti? Also, was regt einfach auf. Das ist so nötig. Das war kein Elfmeter, ja. Das war... Nö. Das war gar nichts, ne? Ne, ne. Das war alles... Das war alles im grünen Bereich, ne? So, da... Das ist halt unverständlich, weißt du? Also, was soll das denn? Ich habe einen harten Pass gemacht! Warum wird er denn da hingespielt? Es macht keinen Sinn! Es macht keinen Sinn, Alter! Boah, ist das schlecht, Alter! Das macht doch gar keinen Sinn, Mann! Hä? Bitte, was? Ja gut, da kommt halt Raman rein. Ich wollte ja sowieso einen wechseln. Also, passt das schon. Also, passt das schon. Ich verstehe zwar den Sinn dahinter wieder mal nicht, aber ist okay, ne? Da hat man halt für die letzten Minuten noch ein bisschen Zeit, sich zu präsentieren. Ja, dann wieder sowas hier. Also, ich verstehe das halt einfach nicht, ne? Tribbelt wieder zehn Jahre rum, ist okay. Ja, ja, ist okay, ne? Ist okay, ne? Ist okay, ne? Ja, ja, ist in Ordnung. Ja, es ist in Ordnung. Es ist okay. Ja. So, komm. Jetzt mal im schnellen 3 zu 0. Das kriegen wir doch wohl hin, oder? Ja, gut. Also, ist halt nichts zu machen, wenn sie sich halt immer in den Ball reinschmeißen, wie Missgeburten. Aber okay, ne? Naja, ist halt nichts zu machen manchmal, ne? Trotzdem souverän ist es 2 zu 0. Mehr soll mich hier nicht jucken. Und das noch in heimischer, naja, Atmosphäre. Also, den Schuss habe ich jetzt auch nicht verstanden. Also, ich habe da halt nicht so in der Art durchgezogen. Habe ich nicht gemacht. Aber, 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 aber okay, ne? Aber, aber okay, ne? Das ist halt dann manchmal so. Ja, natürlich hat Inga Schott nochmal gewonnen. Ist klar, ne? Ist klar. Ja, ja, es ist in Ordnung, ne? So, und Benninghausen fängt natürlich wieder 3 Wochen aus. Klar. So, was war das gerade eben von wegen Akteure der Woche? Eine weitere Woche sportlicher Höchstleistung und ein weiteres Team der Woche. So viele Spieler deines Lieblingsteams sind dabei. Gießelmann. Schauerte. Ja. Zwei Stück aus unserem Team. Ja. Ich weiß nicht, warum Berlin so krass abgeht, weil die haben ja irgendwie gar nichts zu melden. Ungefähr. Aber gut. Na, komm. Na, komm. Das ist einfach heftig. So. Ich bin zwar defensiv nicht so gut, aber trotzdem schaffen die Gegner es irgendwie nicht groß ans Tor zu kommen oder ein Tor zu schießen. Freut mich. Ich bin mir nicht so gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt hier ist es einfach. Vielen Dank.